Könnte ich den Inhaber sprechen? Wieso? Damit Sie die falsche Anschuldigung vorbringen können. Wir würden die Kleidung unserer Kündin zu Sportveranstaltungen tragen. Dafür haben Sie keine Beweise. Nein, ich wollte eigentlich nur... Wie schüchtern mich nicht ein Sie kartoffelköpfige Idiot, Sie bebrillte, hochstirniger, kurzbehöster Mann. Ich will mich gar nicht beschweren. Na gut, wir sind ja auch keine Franzosen. Wieso tun Sie so? Weil wir unhöflich sind. Mit französischem Akzent klingt das besser. Also was wollen Sie? Wieso?